Hallo und schönen guten Abend aus Berlin. Wie Sie hören, Weihnachten hat Einzug gehalten hier in der Bundeshauptstadt. Weihnachtslieder werden hier jedes Jahr gemeinsam zum Ende des Parlamentarischen Jahres gesungen von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie allen Abgeordneten. Ich habe heute noch einige Termine hier in Berlin, aber werde dann morgen zurückreisen in den Wahlkreis, worauf ich mich sehr freue. Zum Ende des Jahres werde ich das Weihnachtsfest gemeinsam mit meiner Familie verbringen und das neue Jahr freien. Ich wünsche auch Ihnen, dass Sie das gemeinsam mit Ihren Familien, mit den Menschen, die Sie lieben, mit den Menschen, denen Sie in Enge verbunden sind, gemeinsam begehen. Ich möchte mich zum Ende des Jahres auf das Herzlichste bedanken für Ihr Vertrauen und für Ihre Unterstützung. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien alles erdenklich Gute für das neue Jahr 2014 und freue mich auf ein baldiges Wiedersehen. Alles Gute, viele Grüße aus Berlin.